Musik Alle Leute, guckt euch mal diesen Ghast an! Gut, wie der aussieht! Der hat einfach meine Brille und Haare! Flo, das ist der coolste Ghast, den ich jemals gesehen hab, Alter. Der hat richtig Style, Alter. Ich will den gar nicht töten. Ja, Mann, der sieht so cool aus. Wie kann so ein cooler Ghast einem eigentlich so viel Schaden anrichten? Das ist doch traurig. Ist das so eine Steampunk-Brille? Warte, ich gebe ihm. Rest in peace. Ah, warte, äh, Flo, du musst ihm geben. Mit dem Schwert. Du musst Minecraft 2-Hilge-Games. Nicht mit dem Bogen, Flo. Nein, nein, du musst Tennis spielen. Warte, ich hab ihn. Nein! Jetzt ist er tot! Nein! Nein, warte, gib ihm, gib ihm, Flo. Oh nein, der ist explodiert. Warte, warte. Mit dem Schwert. Ja, ich hab ihn. Nein! Er hielt mit Get Return to Center. Nein, dann hast du ihn. Perfekt. Wo ist der Hut? Mit Get-Flo. Hast du ihn? Yeah, Swag, Alter. Dr. Chaos Melone 44 ist back in the club. Dr. Chaos Melone 44 ist back in the club. Warte, 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 warte. Dr. Chaos Melone 44 hat rote Augenflogen. Warte, warte, warte. Ja, also wie geht es Ihnen denn heute? Einen wunderschönen guten Tag. Sind Sie der Doktor hier? Ich bin der Doktor, der Doktor der Doktologie. Ah, okay. Sagen Sie mal, Doktor der Doktologie. Wieso befinden Sie sich immer an komischen Orten, so wie ich? Ja, also das ist ein exoplanatischer, endogenatischer Zufall immer. Also da kann man wirklich nichts machen. Meinen Sie auch endoplasmatisch bestimmt, oder? Nee, 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 bis Sie sich auf die Exo-Gematik, das kann man so nicht sagen. Ach so, natürlich, ja, genau. Geteilt durch LN, genau, ja. Ja. Wie du einfach Mathe einfindest. Ja, Mann, Alter, das ist einfach das, was ich in der Schule lerne, deswegen bin ich das einfach hier ein, weil ich selber keine Ahnung habe, was es ist. Und es hört sich schlau an. Ich meine, wer hat seine Zahlen schon durch LN? LN. Ja, falls ihr wisst, wie man durch LN, also wie man mit LN multipliziert, ne? Dann seid ihr schon richtig weit gekommen in eurem Leben, so wie ich. Ja, man multipliziert doch, oder? Mit LN. Ja, du kannst doch Adien rohren. Stimmt, das kann man doch Adien. Oh, hier ist mein Ernst und ein Secret Room. Wee, easy. Okay, jedenfalls, Leute, wer die jetzt noch vorhin nicht gesehen hat, wir sind mit Roman in den Netter gegangen, da haben Secret Rooms geradet und finden hier übelst geiles Zeug. Mal schauen, was sie hier zu bekommen werden. Übrigens, warte Roman, ich muss ein bisschen was auswärmen. Ja, übrigens, warte, wisst ihr, normale Bomben im Netter funktionieren nicht richtig, nur die Feuerbomben sind richtig. Wisst ihr, was passiert, wenn, Roman, geh weg. Nein, nein, nein. Wisst ihr, was passiert, wenn, wenn man normale Bomben, warte mal, ich sollte ja, wenn man normale Bomben im Netter hat, dann passiert das. Äh, Roman. Ja? Nein! Oh nein, ich musste niesen, ich konnte mich nicht wie vor. Ah, nein, Roman, es geht das Gedächtnis. Erst essen und jetzt niesen. Ich bin, ich bin halt krank, auch in meiner Form ist das noch mal ein. Roman, gucken, was ich mit meiner Bombe nur angerichtet hab. Den Eckteil. Oh, warte, 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 Rosche wird gemütet. Okay, okay, bin wieder da. Aber, ihr müsst wissen, Roman ist auch noch ein bisschen verschnupft. Nicht nur ein bisschen. Aber, wisst ihr was? Lauf! Um dein Leben! Du, 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 du. Oh, loil, loil, was ist das? Was ist das? Das ist ein Choo drin. Warte, ein was ist da drin? Ein Choo? Ein Choo? Ein Choo? Nein, das ist Blitzschlamm! Flo, 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 chill, 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 chill. Lenken ab, lenken ab. Das ist Blitzschlamm aus Peacletales. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nein, Baby Blitzschlamms! Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, Flo. Leute, wir kennen noch Blitzschlamm aus Dings. Oh, loil, was ist da drin? Roman! Der Ekonus! Der Ekonus! Der Ekonus! Flo, alter Vater, mich haut sie gleich runter. Der Ekonus! Ein Skill-Orb, what the fuck, wie viele Dekonusse waren da drin? Ich treff vier. Loil. Alter, ich sammle grad die ganzen Bomben hier auf, weil die brauch ich. Guck mal, Skill-Orb of Armor Break. Das heißt, da kann man wahrscheinlich die Armor Breaken. Oh, ernst. Leute, stimmt! Ihr habt mir geschrieben, mit Armor Break muss man vom Schwarzen Ritter die Rüstung zuerst zerstören. Oh, loil, was ist das? Das heißt, wir kommen jetzt weiter. Loil, Roman! Ist das so wie ein Pixel-Tacer zum Aufnehmen? Ja, das ist dieser Handschuh. Geil. Richtig cool. Du bist am Mute. Ich muss mich andauern, muten, weil ich immer niesen muss. Aber ich versuch mein Bestes. Hashtag gute Besserung, mein Roman. Ja, mein Hashtag gute Besserung. Schreib doch deine Kommentare. Nimm doch die Schlüssel hier mit. Achso, hab ich das noch nicht gemacht. Sorry, ich bin besser. Ansonsten, nee, den Rest brauchen wir nicht. Lass mal da rumschauen. Vielleicht finden wir noch ein paar neue Erze. Dings, soweit ich weiß, kannst du Onyx mit Mythril kombinieren und kriegst dann... Äh, Dings, wie ist das nochmal gleich? Cinecide. Cinecide ist nämlich... Das ist das. Das ist das stärkste Material hier drin. Das ist, glaube ich, so stark wie Dragonstone. Weißt du, ich hab eigentlich alle diese Oars schon gekannt von Little Adventure Times, ja? Aber ich hab keine Ahnung, woher man die Oars bekommt, weil ich sie mir nämlich damals immer nur gecheatet hab. Oh, Roman, das ist... Nee, das geht gar nicht, Roman. Dislike Zero. Aber natürlich war das jetzt nur Ironie. Natürlich hab ich mir letztendlich gefahren. Oh, okay. Das weiß nämlich jeder Zuschauer von Little Adventure Times. Ja. Aber das waren zarten. Little Adventure Times und Modplay. Ja, Mann, das waren unsere ersten Projekte. Unsere ersten richtigen Projekte. Jedenfalls, ja, ja, genau, genau. Die ersten Projekte sind immer die coolsten. Oh, ja, da kommt man dann immer so zurück. Modplay, das war... Ich guck, wenn du's mir anguckst, das war so unprofessionell. Und ich konnte noch wirklich gar nicht explain. Ich hab einfach so mega langweilig alles gemacht. Aber das war damals... Da hat ja die Zuschauer auch ein richtig anderes Gefühl bei der Sache, ne? Ja, weißt du, ich glaub, es lag auch daran, dass man damals... Ja, das ist so, wenn... Damals waren Videos noch cool, wenn man nur gespielt hat. Inzwischen muss man eigentlich schon fast den Mond holen für die Zuschauer. Und dann sind sie erst zufrieden, weißt du. Es ist derzeit ein höherer Standard an Let's Plays, weißt du. Ja. Die Leute verlangen zum Beispiel gute Mikrofone, gute Qualität, HD-Qualität. Es gibt ja Leute, die schauen... Damals konntest du statt ein Mikrofon eine Zahnbürste haben und es wurde trotzdem geguckt. Ja, weil es einfach nicht so viel gab. Und inzwischen wirst du einfach schon richtig down gemacht, wenn du kein... Roman, bitte weggehen, zur Seite zu retten. Ich renne, ich renne, ich renne. Warte, 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 kannst du mal bitte was nehmen hier? Warte, ich wirf dir eben mal irgendwas zu. Ähm... Keine Bombe. Flinten Steel. Okay, warte, das tausche ich gegen ein Levering Force. Das geht nicht! Oh nein, ist das so ein Dings... Ist das so ein... Ist das ein großer, kann das sein? Und du hast eine Bombe verschwendet? Ich hab mein Bombenback, der ist explodiert. Mein Bombenback ist explodiert? Ja. Mein Bombenback ist einfach explodiert. Egal, jedenfalls normale Bomben funktionieren nicht so im Netter. Lass mal, ich hab noch Feuerbombe, okay? Äh, geh lieber weiter zurück, geh zurück. Okay, ich bin weg, Flo. Okay, jetzt muss funktionieren. Oh ja, nice. Hoffentlich mehr Bomben, hoffentlich mehr Bomben. Ja, ja. Bomb-Arrow, geil, hast du den Bogen, Flo? Äh, leg mal ran. Hast du den? Ja, warte. Oh, lol. Ich möchte auch einen haben. Äh, warte mal, warte mal. Ich hab normale Arrows. Ja, ich hab einen Bogen. Soll ich mal probieren, mit dem zu schießen? Ja, aber beim nächsten Dings erst. Beim nächsten... Stimmt. Äh, Alter, ich hab so... Roman, guck mal, ich hab jetzt übrigens noch den Ponybike, weil du bist ja gestorben. Warte, ich geb dir dafür die Bomb-Arrows, weil ich hab so... Äh, hast du Onyx-Inventar, dann nimm das mal, dass wir das gesteckt haben. Äh, nee, ich hab keinen Onyx im Inventar. Dann nimm ich das, obwohl, nee, nimm du Onyx. Du kannst ja nachher, du kannst ja nachher das fusionieren mit Mithril. Okay, 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 hab ich so... Warte, was hab ich denn hier noch so, was ich nicht brauche? Ja, ich glaub, das passt, das passt. Shadow Fragment? Ja, das brauch ich, das brauch ich. Das ist von den Teilen aus der schwarzen Dimension, das hab ich aus der Sehne reingelegt. Äh, schwarzen Biom. Frag mich nicht, wieso ich solche Teile reinnehme. Du hast auch Zeldas Brief mit. Ja, also Zeldas Brief ist sehr wichtig. Ja, ich mein, wenn dich jemand fragt, hast du Zeldas Brief mit? Töne ich dich, dann sagst du. Ja, ja. Natürlich, ich mein, wie kann man die nicht mit... Ja, die Zombie Pigments wollen auch lesen, Flo. Ja, vor allem wenn die auch lesen können. Ja, nee, nicht weggeworfen, das ist wegen... Alter, Flo, hier zu viel YouTube-Money oder was? YouTube Emeralds. Ja, YouTube Emeralds, die verdienen alles in Emeralds. Ja, ihr müsst wissen, YouTube ist noch wie Villager, die handeln auch mit Emeralds, ja. Ja, easy peasy. Wollen wir Klosterm mitnehmen für Zauber und so Zeug? Ja, lass das mal machen. Mach du, weil, ja, wenn man teils... Wobei, müssen wir nicht unbedingt, weil wir haben ja bei uns zu Hause auch Emeralds, äh, nicht Emeralds, sondern, ah, hier, Dings, Glowstone von den, von den Prinzen. Ja, aber nicht so viel. Ja, stimmt eigentlich. Dieser Mute. Roman, du musst wirklich nicht vorher muten. Ja, hä, warte mal, ich, echt jetzt? Ich, oh man, ich versuch's so gut wie... Okay, nächstes Mal mut' ich mich wieder. Oh, bueno, 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 die Leute denken schon, sonst bestehne... Irgendwings, Leute, demnächst wird's bei mir, warte mal, äh, erst mal hier den hier machen. Demnächst wird's bei... Nein, die Bombe war komplett fail. Ah, aber es hat geklappt, okay. Oh, die Lava, pass auf. Sag mal. Nein, der Lava ist übelst brutal. Komm, die fließen nicht viel schneller. Äh, was ist hier drin? Oh, nein, nicht schlecht, nicht schlecht. Na, Hartfragment, nehmt das mit? Ein Firecharger, Flut, damit kann man fließen. Das können wir mitnehmen, ja das ist eigentlich ganz gut, das geht eigentlich. Leute, ich bin wirklich tüchtig, ich bin immer neun, das sind fast schon wie Lucky Blocks oder so. Alter, fahrt er dieses Fleisch Zeugs da, was da als Boden ist, da spritzt es so raus. Da spritzt es so raus, das Fleisch. Da spritzt das Fleisch ab und raus. Roman will immer einen österreichischen Dilek nachmachen und macht einen Schweizer Dilek, das finde ich immer voll dumm. Ja boah, ich bin der Krause, 44. Hier ist noch mein Ding, Alter, gib dir den Hut von dem. Oh, ich will den, aber wenn ich den angreife, dann töten die mich alle, Flo. Hier ist ein Netherquanz, bauen wir das Netherquanz ab. Sag mal, lohnt es sich den Typen jetzt zu töten wegen dem Hut? Nein, dann stirbst du wie in den ganzen anderen. Ja, okay. Ich bauen mir die ganzen Dinge ab. So, schauen wir, ob du irgendwo einen Secret Jump findest oder ob du irgendwo einen siehst. Ja, warte, ich schau mal. Halt mir nach Erzenausch irgendwo. Warte, ich schau da, ich schaue links, ich schaue rechts. Ich schaue links, ich schaue rechts und danach über einen Stein. Und dann macht meine... Roman ist Dragonstone! Wo ist Dragonstone? Hier, Alter, gib dir wie schwer das zu sehen ist. Das ist rot auf rot. Alter Vater, das sieht ja fast aus wie... Ich hätte das fast gar nicht gesehen. Easy, baus ab, Flo. Lord, das ist eigentlich Dragonstone. Warte mal, Alter, meine Mentale ist voll, nimm du mal einen Heiltrank. Äh... Alter, wie viel ist hier? Vier Stück Dragonstone Jam! Alle Leute, das Modplay-Schwert ist wieder da. Das Modplay-Schwert. Das war nämlich mein Hauptschwert im Modplay, bevor ich das Modplay bekommen habe. 12 Attack Damage. Äh, wenn du willst, kriegst du meinen Alltag. Nein, ich bin Essence, meins ist Schwert, weil meins gibt 10 Damage. Ne, 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 guck mal, nein. Meins hat Light Pierce 2 Enchant, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Also, nehmen wir das nicht, weil das ist für nichts. Hier ist Onyx und Argonit. Alter, das ist voll der Dings. Voll der Ernst-Dings hier. Das hier hochgeht, ne? Diese Abteilung hier. Ich bauch so ultra schnell ab hier. Äh, lass wirklich alles mitnehmen. Wir können dann mega viel fusionieren. Zack, zack, zack. Warte, ich schau mal nach Secret Rooms. Äh, hast du Onyx jetzt mitgenommen? Äh, ja, ich guck schon. Dann nehmen wir den hier, dann nehmen wir den dir. Alter mit dem Pony. Ja, ich schau nach Dings, wie heißt's? Ähm. Ja, stimmt. Warte, ich schau nach Secret Rooms. Flo, Flo, da hinten ist ein schwarzes Skelett. Ähm, sogar. Spitfire-Skeletten. Oh mein Gott, ein Ninja, Sniper. Wow, Alter, was ist das? Flo, ich schau dir zu aus sicherer Entfernung. Mach sie kalt. Alter, easy peasy. Machst du den easy? Okay, gut. Ich lenkst so lang die Blazes ab, glaube ich. Äh, ja, denkst du, denkst du. Ich mach alles. Ich bin nämlich der, der alles macht und Roman ist, der der nur stirbt. So wie soll's. Ja, ich flieg auf meinem Regenbogenpony in meiner Regenbogenwelt rum. Genau. Das Herz hatten wir noch nicht, ne? Hier ist ein graues Herz. Oh, ein graues Herz. Oh, da ist ein Baby-Water-Skelett drüben. Oh. Ah, da hinten. Lol, das ist mal töten. Warte, warte, warte. Ja, hier ist noch das Secret Rooms, den wollte ich noch. Ne, das ist die Netherfestorm. Ne, das ist doch tatsächlich, das ist ein Secret Room. Auf geht's. CSM, öffne dich. Ich hab ihm gegeben, Flo. Ich bin bei dir. Hab's. So, ich bin, ich bin gleich tot. Was? Was? Keine Ahnung wie. Ähm. What a fish, Flo. Nein. Warten wir, bis Roman wieder da ist. Ich hab meine Hose verloren, Flo. Okay, das ist gar nicht gut, Roman. Das heißt, du bist jetzt hosenlos. Meine Hose. Das heißt, du bist jetzt hosenlos. Alter Flo, ich hasse den Nether. Ich sterbe. Immer. Ne, dann nicht Never. Leute, was ist hier drin? Neue Schuhe? Rubber Boots. Oh, hör auf mich zu korrigieren. Ich sag Never. Ja, fertig. Never. Never. Oh Mann, ich will. These Boots are not very conducted. Roman, willst du die Schuhe ausprobieren? Nein, ich will meine Hose, Alter. Wo ist meine Hose? Alter, ich bin voll langsam mit denen. Gib mir die Schuhe. Wo? Gib. Da, Rubber Boots. Gummistiefel. Geil, Alter. Von Flo kriegt man echt nur das Beste. Hier ist neuer. Fire Bomb Arrow. Interessant, interessant. Äh. Alter, ich hab zu viel Items im Momentar. Dass ich das mal sagen muss. Hier, niemand braucht Charcoal. Das will ich eh kacktkenner. Äh. Grants Resistence Shock Damage. Roman, was ist Shock Damage? Kehr uns mal auf. Weiß ich nicht. Also, Shock Damage ist natürlich die Silence-Attacke von Links-Rechts-Kombination-Sidekick, ne? Und das mit dem Plan, ne? Nimm die Emeralds mit hier drin. Ja, klar. Mach ich's. Einen Moment. Loi, what a fish? Wie hast du die auf einmal alle gleichzeitig kaputt gemacht? Äh. Ja, das geht einfach. Guck. Okay. What a fish? Was hast du da? Achso, Loi. Was ist dein Ding? Ich wollte grad Regentier sagen. Regentier. Ein Reh. Alter, mit dem kann auch wirklich rumfliegen. Lass mal umschauen. Hier sind noch ein paar mehr Secret Drums. Da hinten ist einer. Seh ich grad. Alter, das ist richtig, richtig. Oh, aber Dings. Mein Regentier ist kaputt. Lauf ich weg! Nein! Okay. Das läuft grad einfach weg. Hat keinen Bock mehr auf mich. Wie ist ein Dings von mir? Ein Pony? Aber das gehört nicht. Wem gehört's dann? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Joe. Wahrscheinlich die, bevor du gestorben bist. Oder Joe. Joe hat vielleicht auch eine Vorliebe auf Regenbogen für Ponys. Glaube ich auch, Roald. Glaube ich auch. Wir sind heute wieder einer dieser Folgen. Ja. Ja man, Alter. Diese Folgen. Diese Atlantis-Folgen. Ja. Oh ja. Aber diese Folgen kommen dann meistens immer am coolsten an. Weil die ja meistens... Oh nein! Ich hab vergessen. Die Bombe ist sofort explodiert. Es läuft alles perfekt. Ich meine, wir reiten auf Regenbogen-Ponys in unserem Never herum. Und ich muss mir 24 in den Stopp die Nase putzen. Also ist doch alles in Ordnung. Ja, ja, ja. Also... So beschreibt man einen, äh... Satz. Unsere Wellenknäler. So was nennt man professioneller YouTuber. Alter, was ist das? Was machen wir? Oh, ich hab mir... Wieso ist die so rutschig? Nein! Alter, das... Ich hab grad drei Bomben verbraucht und kein einziges Ding aufgesprengt. Das ist... Aber sag mal, wo bist denn die? Hinter dir? Oh, da oben. Ah, da... Warte, ich komme. Weißt du? Das ist grad... Das ist grad... Das ist grad so richtig, richtig... Richtig dumm. Was ich grad... Identitivpunkt deiner Karriere, Flo. Du kriegst ein Secret Room nicht auf. Seht ihr, Leute? So funktioniert das hier. So geht das auch, man. Wow! Wow! Der Fisch! Wie nice war das denn? Alter! Die sind richtig geil. Die sind richtig gut. Die von denen brauchen wir mehr. Wir haben schon richtig viele von denen. Alter, pass auf auf Lava. Okay. Warte. Ich muss kurz meinen Regenbogen... Oh, hier ist eine verschlossene. Nein, das bedeutet hier ist wahrscheinlich was Gutes drin. Warte, ich kann aufmachen. Ich kann aufmachen. Einen Moment, Flo. Ich kann aufmachen. Ich kann auch aufmachen. Ich hab drei Keys. Ich bin's. Ich mach die Küste hier auf, Flo. Kein Problem. Das machen wir. Die Küste. Ich bin's. What the fisch? Mach auf! Hä? Ich hab's schon aufgemacht. Nein, hast du nicht. Hä? Warte. Hä? Mach du mal auf. Bei mir Bugfest gerade. Alla Roman bestehende Tier. Oh, Gnepfe. Nur Alkohol und Honig. Warte, warte. Keep it shining. With Magma Cream. Feuer Resistanz! Ja! Echt jetzt? Komplette? Ich weiß nicht. Ah, das Flittensteel stimmt mich mal an. Warte, ja. Easy peasy. Warte. Lava auch? Warte. Okay, das ist jetzt. Warte. Wie testen wir, ob das Lava resistent ist? Na ja. Tatsache. Lava Resistenz. Easy. Damit kann man Feuer Tempel machen. Du hast eh keine Jet Spray. Nimm einer. Die haben sogar Protection. Das ist Adamantik. Wieso krieg ich immer den Schrott, Flo? Das ist kein Schrott, Roman. Das ist kein Schrott. Ich brauch diese Tonika. Ich brauch die Tonika, weil ich bin der Typ, der die ganze Zeit von uns verreckt. In Lava. Und Feuer. Und Wolver. Okay. Ich hab sie verloren, Flo. Hä, was? Du hast sie mir grad zugeschmissen und ich hab sie verloren. Hast du nicht. Doch. Du hast sie mir zugeschmissen und jetzt hab ich sie nicht mehr. Roman. Guck in den Inventar. Hä? Warte mal. Warte. Roman, du hast nicht grad die Jet Spray verloren, die Feuerwehr. Doch, ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Okay, alles klar. Hier sind komische Dings. Komische Fledermäuse. Ah, ne. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Äh, da fliege ich lieber mit Rudi hier ein bisschen weg. Schau. Huh. Wir müssen übrigens unsere Portalen wiederfinden. Ja. Weißt du noch, wo das war? Naja, also da war... Vielleicht ist ein Secret Charm. Okay, brauchen kein Portal. Äh. Ja. Hast du Baublöcke? Ja, oder? Äh, ja. Ich hab noch elf Never Rack. Okay, okay, okay. Ja, das ist gut. Alter, die passt hier richtig gut, die rote Jet Blade. So, jetzt geh lieber weg, Roman. Ja. Boah, die Pfeile sind richtig cool. Alter, warte, die hauen voll rein. Oh, Leute, die Bomben-Dings des Jahrtausends. Alter, da sind noch Bomb-Arrows. Nimm die mit, Flo. Dekonus! Aua. Äh, willst du dir ein paar Bomben mitnehmen? Äh, ne, ich möchte mit... Alter, die Heiltränke brauchen wir. Oder du brauchst die Heiltränke, Roman. Ich möchte nicht mit Bomben umgehen, sowas mag ich nicht, Alter. Ich hab da nicht so gute Erinnerungen daran. Haha. Okay. Lass mal hier ein bisschen weiter schauen. Äh, die Secret Rooms sind grad richtig, richtig, richtig am Abgehen. Äh. Ich mach das gescheite Pony-Bike. Oh, das ist das beste Pony-Bike, was ich gerade hab. Hast du, hast du Rainbow Dash? Na, ja, so eine Art. Das ist Rainbow Fake Dash. Das ist einfach nicht so cool, aber es schlägt auch rein. Roman, das sind rote Flammen. Wo bist denn du? Ich bin ein bisschen weiter geflogen. Ich weiß nicht, warum wir sind rote Flammen. Äh. Ja, ich bin, hm. Kannst nicht porten. Ja, okay, warte. Äh, JP, Aerospace, okay, so 44. Alter, pass auf, pass auf, wir sind wieder diese komischen Fledermäuse. Okay, okay. Warte, ich schau hier gerade noch ein bisschen rum. Da, oh nein. Burning Blossom. Äh. Nein, lauf mal rein, die Burning Blossoms. Ja, geht ja nicht, weil ich hier die Tunika, die Tunika, haha. Die Tunika ist nicht cool. Alter, Alter, ich seh nix, ich seh nix, seh nix, bin blind. Ganz cool bleiben, Flo. Kees. Hast du sie? Ja, hab ich. Okay, nice, nice, nice. Okay, und direkt den nächsten Secret Room aufspringen. Come on, baby. Hui. Oh, yeah. Oh, oh, nein, das ist wieder so n' Problem. Flo, hier, ich hab n' Schlüssel für dich. Ja, äh, kannst du das aufmachen, auch wenn ein Block darüber ist? Äh, du kannst die abbauen, Flo. Oh, nein, wir bauen, obwohl, egal. Oh, nein. Guck, ich kann sogar mit Fischpower abbauen, guck. Warte. Kannst du nicht. Nein, hä? Nee, das ist unter... Noch kann ich. Ja, weil ich schon aufgemacht hab, deshalb. Ja, klar. Ich kann's auch so aufmachen. Achso, das können wir abbauen, stimmt. Du bist voll der Mongo, Flo. Ähm, noch ein Key. Äh, ein Goldapfel. Nimm die Emeralds mit. Ja, mach ich. Und den Goldapfel. Instant Health, das ist gut. Woah, jetzt geht's hier wieder gesund, Roman. Was ist? Roman. Warte, warte, warte. Ich muss grad noch einsortieren. So, und dann machen wir das hier. Äh, zimm mal bitte da unten an. Warte, mach mal. Easy peasy. Okay, passt. Hä, was hast du da verbrannt? Köbischütz. Köbischütz. Okay, lass mal wieder hier wegfliegen. Wir müssen das Portal suchen. Oh nein, ich hatte grad das coolste Pony überhaupt und dann hab ich das auszusehen wieder weggemacht. Egal, jetzt hab ich wieder dieses Rainbow-Teil. Wo bist denn du? Äh, dort zurück, wo wir die Kugel gefunden haben. Hier ist das coolste Pony überhaupt. Echt jetzt? Ja, das läuft halt immer noch komisch alleine. Ja, ja, komm her, komm her. Pony Flying Bike. Komm her, das vermisst dich, Roman. Ja, aber das Problem ist, im Never... Hier ist ein Zombie Pigment mit Rüst... Ah, ne, mit einem Anzug, lol. Warte, ich bin beim Never Portal, Flo. Was? Warte, da hinten bist du. Guck hier, ich zieh Spuren, Regenbogen. Oha, richtig cool. MLG ist ein Riesenpilz. Lass mal ein bisschen noch rumschauen. Ob wir irgendwie noch den einen oder anderen Room finden. Hier ist noch einer. Alter, das ist vielfach wichtig danach, ne? Oh, ja, Mann. Das ist eine richtig coole Sache. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. 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 Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, die stirbt nicht. Nein! Oh, Leute, ist das dumm. Oh, okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, lieber weggehen. Oh, nein, Alter, Roman, ich brauch die Chessplates. Du, 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 du. Okay. Also? Leute, was ist das? Great Fairy Dust. Nicht ordin... Äh, äh, warte. Kein ordinärer Schmied würde das benutzen. Okay, das bräuch ich für irgendeinen Villager Schmied oder so. Da kann ich da, glaub ich, irgendwie was craften draus. Weiß aber nicht was. Oh, Name Tag, den nehm ich mir mit. Oh, shit. Den tausch ich gegen einen Grabsteinblock. Hä? Oh, dachte grad hier, ich hab das Beste Internet. Äh, apropos Beste Internet. Äh, Leute, demnächst gibt's ein paar neue T-Shirts bei mir. Ja? Ja, Werbung. Werbung. Hä? Roman, du hast ja schon deine T-Shirts rausgehauen. Ja. Und, äh, bei mir wird's auch demnächst T-Shirts geben. Auch speziell für die Gamescom dann. Wie zum Beispiel unter anderem gibt... Lol. Backe ich? Ja. Ne. Oh nein, oh nein. Oh, shit! Ah! Das war, das war grad, das war... Und diese Folge, Leute, kriegt einen Like! Das war grad Beste Internet. Leute. Leute. Na. War das grad geil? Du bist einfach gestorben. Rest in... Rest in... Rest in... Rest in Peace. 30 Level. Rest in Pepperonis. Alter. Alter, Roman, kannst du bitte runtergehen und mich dann porten? Äh, ja, ich bin unten... Du kannst dich zu mir porten. Dann bist du safe. Alter, Roman. Oh! Okay. Alter, was war das? Alter, Leute. Roman, wenn du das siehst, was mir grad passiert ist, dann... Ich hab's gesehen. Du bist, äh, gegen die Decke geflogen. Nein! Ich bin in der Luft stehen geblieben. Dann hab ich Shift ge... Nein! Ich hab's richtig gesehen. Du bist gegen die Decke geflogen. Ja? Dann hat dich dein Rentier runtergeschmissen und du bist zusammen mit deinem Rentier... Alter, Roman, siehst du meine Pegasus-Boots irgendwo? Du bist Richtung Downtown geflogen. Mit deinem... Mit deinem Pony. Beziehungsweise mit deinem Regenbogenteiler. Alter, das ist uncool, wenn ich jetzt irgendwas verliere. Warte, Pegasus-Boots? Zack, Rüstom. Ich glaube, ich hab alles, oder? Ja, also... Ist irgendwas verbrannt? Ich weiß das nicht. Alter, das war grad die Karikatur für Beste Internet. Ja, Mann. Das war... Weißt du, das war halt nochmal... Du kannst das sehen wie so ein Werbetrailer. Weißt du was? Ich hab's gechinxt, weißt du? Du hast das gechinxt. Ja, ich hab's gesagt und dann... Ah, ist passiert. Ja. Oh, Mann, Mann. Das Leben ist hart, Flo. Ja, jedenfalls. Demnächst wird's... Demnächst wird's Squidoodle-T-Shirts geben. Und Beste Internet-T-Shirts. Und viele andere. Folgt mir einfach auf Twitter. Und dort schreibe ich einfach demnächst irgendwann... So die Konzepte oder so. Was die davon hält und so. Dann passt das alles. Alter, nein! Wir fehlen noch Items. Roman, beschütz dich mal. Okay, ich beschütz dich. Wir fehlen eins. Das war nämlich voll. Und ein paar Items sind jetzt weg. Und ich weiß nicht was. Und das nervt mich. Ja, Flo, damit musst du leben. Das selbe Gefühl hatte ich auch. Hast du was aufgesammelt von mir? Nein, hab ich nicht. Ich war mit meinem Regenpunkt... Hast du mein Schwert? Hast du mein Schwert? Ähhh... Negativ. Du hast dein Schwert verloren. Nein! Alter, nein! Das war der Light Pierce, Roman! Ich weiß nicht was Light Pierce ist, aber das ist geil! Ja, Flo. Siehst du? So leicht kann's gehen. So leicht kann's gehen. Rap in Peperonis, Flo. Alter, Roman, das ist... Ne. Weißt du, Flo, du musst das immer... Du... Man muss immer dann aufhören, wenn... Wenn's am schönsten ist. Ach, und nicht ernst? Okay, mir fehlen jetzt nur noch 4 Items. Hey, du musst das Schwert haben. Guck doch in den Mittelpunkt. Ich hab es nicht. Ich kann dir Kohlen... Oh, nein! Das einzige was ich hab, ist Fire Ride Ohr. Ja. Und das war's. Was haben wir sonst noch? Äh... Oh nein, nein, nein! Ich hab mein Rentierbike verloren! Flo hat nichts mehr zum Fliegen, Alter. Flo ist ein Noob, 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 Noob. Äh... Ja, okay. Okay, zum Glück habe ich die Pegasus-Boots noch. Äh, naja. Ich mein, das Schwert ist nicht so tragisch, weil ich kann mir jetzt ein Dragonstone-Schwert... Oh nein! Roman, beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich! Was soll ich machen? Gib mir die Chestbreed, gib mir die Chestbreed! Warte, warte. Hier, 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 hier. Ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne. Ich hab sie ins Feuer geworfen! Ein Herz. Ich hab sie ins Feuer geworfen! Alter, nein! Alter, Roman, das ist doch, das, das macht keinen Spaß mehr! Sag mal, Flo, hast du was dagegen, wenn ich dir deine Hose klaue? Alter, ich hab sowieso keine Items mehr! Ich hab keine Hose. Sag mal, Flo, wir haben ein Problem, gell? Die Folge ist hier schon 100 Stunden lang oder so. Flo, sag mal, wir haben ein Problem. Äh, du hast geschrien, bitte gib mir die Chestplate, gib mir die Chestplate. Dann hab ich die Chestplate einfach ausgezogen und die ist instant in der Lava gelandet. Ja, Roman ist der beste Mate überhaupt, weißt du? Ah, das war so cool! Aber, Flo, weißt du was, jetzt sind wir beide am Arsch. Das ist doch okay! Das ist nicht okay! Ja, also, Leute! Nein! Alle, ich muss hier suchen! Flo, sag mal, wieso bist du nicht einfach ins Blut gesprungen, als du gebrannt bist? Schlau mal, ja. Leider, Roman, ich bin wieder glücklich. Guck dir, den mag mal schlammern. Der sieht witzig aus, gell? Ich muss jetzt ne Axt nehmen. Ne, jetzt ist meine Spielzeuge auch weg. Jetzt bin ich komplett broke. Oh! Ich bin level up! Gieß du, Flo, es wird alles wieder gut! Du bist level up! Oh, Mann, oh, Mann. Jedenfalls ist, Roman, ich klaude jetzt den Pony. Und dann war's das! Ja, war mal wieder eine erfolgreiche Folge, meine Freunde. In der nächsten Folge bin ich wahrscheinlich wieder gesund. Und Flo hat dann wahrscheinlich auch wieder items. Nein! Bei Flo sind wir so geil! Gib den Daumen hoch! Oh nein, doch, gib den Daumen hoch! Weil ich hab alles verloren und jetzt bin ich traurig. Jo, Flo will Mitleids-Likes, Alter! Alter, Roman, ich hab das geilste Schwert im Spiel verloren! Und nicht nur, dass ich hab... Ich hab Rudi verloren! Alter, Roman, ich und Rudi hatten eine... Wir hatten eine... Eine intime Beziehung. Wir waren... Wir waren Bros! Ach, Rudi, ey. Das hat doch niemanden interessiert, Flo. Du kannst... Ja, okay, na gut. Ich mein, ich hab ihm heute erst den Namen gegeben. Aber na... Er war cool! Auf jeden Fall, da haben wir uns hier bis zum nächsten Mal. Haut rein! Und tschau! Ciao! Ciao! Ciao!